Ich hab ihn getötet. Du hast dein Amulett genommen. Es ist nutzlos. Es reagiert nur auf Dante. Sie hat es ihm gegeben. Weißt du noch? Er war immer ihr Liebling. Das weißt du doch. Sie hat immer seine Impulsivität geliebt, wie er immer seinem Herzen folgte. Du solltest sie finden. Zeig ihr, was du getan hast. Beende, was du begonnen hast. Schnucki, das solltest du nicht tun. Was war das denn für ein komisches Gesicht? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich kotze, wenn ich das schon sehe. Und damit ein schnutzliches Willkommen zurück im DLC Virgil's Downfall. Stilrangsystem. Das Stilrangsystem bewertet Pikulu Camps. Wow, das kommt früh. Jede ausgeführte Aktion produziert Zielpunkte. Wenn man dieselbe Aktion mehrmals darin wiederholt, wird ihr Wert verringert. Ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache, ihr kommt durch. Verdienet ihr Boni durch stilvolle Leistungen, wie Gegner zu töten, ohne dabei Schaden zu nehmen, Angriffe abzuwehren, lange Luftkombos auszuführen und weiteres. Der Stilrang repräsentiert einen Multiplikator, der auf alle Stilpunkte angewendet wird. Er erhöht sich, während du Punkte verdienst und fällt, wenn du Schaden nimmst. Deine gesamtverdienten Stilpunkte innerhalb der jeweiligen Mission... Gesamtes... Achso, gesamte Stilpunkte. Umso mehr Stilpunkte du erreichst, desto höher wird deine Missionspunktzahl sein. Hi! Du setz dich aufs Maul hier, guck! Autsche! Wie kannst du es wagen, mich hier aufzuspießen? Schäm dir! Fertig, ja? Sehr gut. Sehr gut. Weißt du, da kommt bei mir das Haar direkt nach dem S. Sehr gut. Alter, die hat Spaß, die Frau. Keine Sorge, Mutter. Deine Albträume werden bald enden. Aber doch nicht so! Erstmal so ein bisschen umgucken, wo ich bin. Ist das Wasser? Muss ich da rüber? Muss ich über das Wasser? Nee, da. Da ist ein Loch. Ich mag Löcher. Oh Gott. Die hier ist. Hallo. Guten Tag, die Herrschaften. Au! Oh, das sind jetzt Elite? Au! Hi! Ich find's immer noch geil. Sorry. Ich liebe diese Gegner. Liebe Salome, guck das Video. Da siehst du, da siehst du, dass sie lachen. Was hab ich denn da jetzt gerade gemacht? Au! Ach, du bist das wieder. Hi! Ja. Das hast du toll gemacht. Also, jetzt gehen wir weg da. Du blödsack. Ach, komm, ey. Aha. Also, wenn die, sobald die merken, oh, hoppela, einer kommt gegen den nicht an, dann kommen immer zwei, die dann aber am Ende auch nicht ankommen. Ich kann das aber auch nicht immer einschalten, ne? Dieses, diese, diese Klinge da. Könnte sich vielleicht mal die Cam ein bisschen mitdrehen. Das wäre sehr, oh, vorteilhaft. Diese Wirbelklinge lässt sich aber auch nicht immer einschalten, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Hi, hast du irgendwas Interessantes? Was sagt? Oh ja. Sehr gut. Ich denke mal, ich muss da lang. Ich würde gerne mal hier gucken. Ha! Ja, ach so, das ist ein Sternchen. Aber gut. Ist auch nicht schlecht. Nehme ich auch gerne an. Da ist ja noch so ein Ding. Okay. Geht's auf die andere Seite auch noch rüber? Oh, wieder viel Platz zum Kämpfen. Fast geschafft. Mamini, ich eile dir zur Hilfe. Mehr oder weniger zumindest. Oh yes. Das war daneben. Aua! Aua! Nichts! Ja, Junge, weißt du? Nebendran holt er gerade zum Schlag aus und du glotzt wieder nur dumm zu. Wow. Wow. Profi, Alter. Oh Gott. Hi. Na, alles fit? Uh, das hat funktioniert. Geil. Hallo, hier bin ich. Oh, das war knapp. Hätte ich fast nochmal geprügelt. Oh, ich glaube, ich laufe gerade falsch. Das ist einfach so typisch, ne? Ich war der festen Annahme, ich bin in der richtigen Richtung. Du, du, du. Ich dachte gerade, da hat was geleuchtet. Man muss sich ja hier ganz schön umgucken. Gibt's auch wieder mehrere Wege, oh Gott. Da soll man halt erst mal wissen, wo sie versteckt sind, weil man meistens dann versehentlich in die richtige Richtung läuft. Und dann hat man das Problem, dass man nicht mehr zurück kann. Ah, hi. Sehr schön. Halt's, ob du bist da. Nichts gut. Und dann? Nichts gut. Nichts gut. Nichts gut. Ohohohohoho, war das knapp. Bleh. Nah. Ja, toll. Würdest du mal die kleinen Gefiecher lieber nehmen, anstatt die großen anzuvisieren? Hättest du das Problem nicht. Oh, kurz. Grüß dich. Fliege, geh mir aus dem Gesicht. Ich hab dafür keine Zeit. Aha. Ich hab dich von der Plattform gekickt. Aber jetzt kommt schon wieder so einer. Ohohoho. Ja, kack, kill, das kackt mich jetzt endlich. So, nächste. Nächste Station. Da, 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 da. Ist denn hier irgendwas? Hä? Ich glaub, wo kam ich da her? Hä? Hä? Wieso ist das jetzt auf dem Kopf? Ach nee. Das ist eine andere Seite. Okay. Okay. Was passiert? Kann ich denn... Mal Ohr juckt. Eine Sekunde. Moment. Schlimm. Nee, das funktioniert also noch nicht. Kann mich da eben hochrufen. No. Okay. Oder ist es doch hier? Ich kam doch hierher, oder? Muss ich vielleicht spüren? Damit ich das aktivieren kann? Ach nee, da unten. Da unten. Das muss man auch alles erstmal sehen, ne? So, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, schon wieder sowas. Hier gibt es einen Weg. Oh, da drüben ist auch noch ein Weg. Hui! Hui! Könnte ich denn da wieder zurück? Spricht's mal. Oh. Ach, da! Oh, guten Tag da drüben. Hi! Äh, ich hoffe, ich komme da wieder rüber. Ah! Ja, gerade so, ja. Kann ich da nicht her? Ja, ich glaube, ich kam da her. Okay. Aber wir haben immerhin noch was gefunden, ne? Da will ich mal nicht mosern. Da will ich mal nicht mosern. Das ist ja hier aktuell mehr Jump'n'Run als sonst was. Ach ja, stimmt. Da drüben bin ich ja dann auch hochgelaufen, ne? Da war da oben nicht das Gesundheitsdingens? Ich glaube, mich zu erinnern. Ebenso wie ich mich an dieses Kugeldingens da glaube, zu erinnern, wo ich noch sagte, boah, das war sehr knapp. Oh Gott. Oh Gott, war das... Oh Gott, das war schon wieder so knapp. So, jetzt kam ich... Jetzt bin ich hier. Also ich bin da rausgekommen. Alles sehr strange aus hier, tatsächlich. Ja, dann bin ich hier rüber. Okay. Genau, dann kam ich hierher. Und dann bin ich, glaube ich, irgendwo dahinter. Soweit ich noch weiß. So, kann ich denn... Ja, ich habe wieder eine Verbesserung. Was macht der Schwertregner in den Schwertkugeln? Oh, klingt gut. So, ich nehme mir mal jetzt eine goldene Kugel für alle Fälle. Das sieht nicht gerade einladend aus, hier. Ah, das war mir klar, dass diese Olle irgendwann auch wieder aufkommt. Aua. Oh, das ging aber fix. Oh. Gut. Gut. Gut schon wieder. Aua, du bist mit Schwert gelaufen, du Bödel. Aua, was machst du denn? Bulla, was ist mit dir? Ey, Alter, was ist denn fast auf den Kneipstern? Hör auf hier, ständig so auf die Fresse geben zu lassen, Junge. Was ist kaputt mit dir? Weg mit dir! Ich will die da haben! Ich krieg hier gleich Ton, weißt du das? Dieses Viech geht da auf den Tag. Alter! Du nervst! Jetzt ist aber mal gut! Boah, war das ein Akt! Stell sofort Gesundheit her, ja. Nicht viel, aber immerhin. Alter, war das ein Akt! Was für eine miese Kombi! Was für eine miese Kombi! Na 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 Okay, das klingt nach Boss. Lass sie in Ruhe. Da hat er unterteilt die Gefühle. Ich habe doch kein Leben mehr. Mach das nicht. Au. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, ich verstehe. Das ist ein Devil Trigger? Ernsthaft? Dieser komische Schwertwirbel? Ich raste gleich aus. Was ist das denn für ein Scheiß-Ziegel? Wie soll ich denn das denn kaputt machen? Alter, der zerlegt mich hier. Boah. Ey, ich habe doch gegen den keine Chance. Was soll ich denn machen? Boah, ey. Du willst mich doch verarschen. Ich verballe hier mein komplettes Leben. What the fuck? Ich bin froh, dass du hier bist. Ich... Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Vergil? 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 Was ist los? Er ist tot. Wie? Durch mich. Was? Ich habe ihn getötet. Du? Du? Du hast ihn getötet? Wie konntest du nur? Er war dein Bruder. Du mochtest ihn lieber. Ich konnte nie so sein wie er. Ich wartete im Schatten. Immer nur der Zweitbeste. Aber... Jetzt nicht mehr. Doch. Ich habe euch immer gleich geliebt. Du rettest mich, um mir das Herz zu brechen. Warum? Sieh mich an, Virgil. Ich kam, um mich zu verabschieden. Was ist nur aus dir geworden? Wir gaben dir Macht. Und du hast damit getötet. Nach all dem, was wir dir beigebracht haben. Alles, was ihr mir beigebracht habt, war falsch. Ihr habt mir nur Macht gegeben. Sonst nichts. Ich brachte dich in diese Welt. Habe dich geliebt. Bedeutet dir das denn gar nichts? Was ist mit deinem Herzen? Ich habe keins mehr, Mutter. Nein. Virgil! Lebe wohl. Bitte! Lass mich nicht allein. Virgil! Sehr, sehr bitter. Mission beendet. Naja. Immerhin haben wir eins gefunden. Zwei Stück benutzen müssen. Was war das denn für ein Scheißboss? Ich kam ja kaum dazu, irgendwas zu machen, weil der mich ja mit Angriffen zugebombt hat. So, aber dadurch, wir haben hier schon 24 Minuten und das ist schon die letzte Folge für diese Aufnahme. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Also, tschüss!